Barakallahu fechum, es kam eine Person, die hat in Zemzem einen Brunnen. Zemzem für uns Muslime. Zemzem lima shuribala, sagte der Prophet sallallahu. Es ist Sunna, nach Tawaf, dass du so viel von Zemzem trinkst, bis du das Wasser in deinen Rippen fühlst. Das hat mit Religion zu tun. Diese Person kam zu Brunnen von Zemzem und er hat uriniert. Die Leute haben ihm gesagt, möge Allah dich verdammen. Was tust du da? Er sagt, damit die Leute mich erwähnen und damit ich berühmt werde. Ist er berühmt geworden? Ja, bis heute. Möge Allah ihn verdammen.